Okay, wo geht's? Wer jetzt sind hier welche drinne, gell? Nur einer? Nur einer. Der hat jetzt echt laut geschrien. Da ist keiner. Und da noch. Wo? Ach, fuck you all, ey. Okay. Okay. Wir können die Falle zwar nicht umgehen, aber wir können sie austrexen. Es gibt eine Nebenstation für die Energieversorgung des Prism am Ostufer. Ganz in ihrer Nähe. Okay. Erreiche die Trafostation. Ja, ich muss erst mal hier aus dem Gebäude rausfinden, ne? Das ist ja mal hier die erste Hürde. Das ist ja wie in einem Labyrinth. Nein, ernsthaft? Wie komme ich hier raus? Ach, von hier komme ich doch gerade, oder nicht? Ja, von hier komme ich doch. Ach, man, ey. Ach, Mann, ey. Hier oben? Ist da oben irgendwo... Ja, hier, da bin ich ja schon rein, ne? Also probiere ich mal das da. Da ist die Tür zu. Aha. Deswegen knirsch ich die Tür da oben die ganze Zeit so. Dass man weiß, wohin man soll. Hallöchen. Hallöchen. Oh, das sieht ja mal geil aus. Das ist auch eine Multiplayer-Map. Flankieren, Scharfschützen. Stealth. Wo, was ist denn mit dem Ding los? Du glitzert. Geil. So, an den zwei muss ich mich vorbeischleichen. Und ich gehe auch da lang, wo Stealth steht. Ist jetzt gar nicht so... Okay, es wird doch leicht. Ja, da hat er recht. Ich könnte euch beobachten. Das stimmt sogar. Sorry. Ich gehe jetzt einfach am Wasser vorbei. Und ich hoffe, dass mich hier echt keiner sieht. Weil das wäre jetzt mega kacke. Wenn ich die ganze Zeit so Stealth-mäßig hier rumgelautscht bin. Und dann geht das nicht. Im Wasser könnt ihr mich nicht erkennen, oder? Dann kann ich mal hier näher hinschwimmen. Und jetzt wieder ein Stealth. Und dann raus. Das heißt, muss ich da nur noch rein, ne? Wer hat mich jetzt erkannt? Wo? Der hat mich erkannt. Oh mein Gott. Beinahe wären wir aufgeflogen. Da kann ich nicht lang. Aber wo muss ich denn rein, überhaupt? Soll ich mal dann noch höher? Komm ich da überhaupt höher? Nö. Ah doch. Ja, aber es bringt mir nicht grad viel. Oder ich nehme jetzt aber eine Granate und werfe dir mal da runter. Ach nein. Ihr seht mich nicht. Ganz und gar nicht. Ich würde nur in dieses Haus rein. Aber die haben mich jetzt schon wieder verloren. Außer der sieht mich jetzt. Wer? Geh. Nein. Nein. Ich bin drin, ne? Ich bin drinnen. Oh mein Gott. Wir sind so gut. Gut. Lockhart weiß es zwar nicht, aber die Energieversorgung für seinen EMP-Angriff läuft über diese Station. Und die ist bald überlastet. Wenn Sie den Notfall-Shutdown auslösen können, wird der Kreislauf unterbrochen. Und wenn die Systeme wieder oben sind, kann es keine größere Energieentladung mehr geben. Er wird es nicht merken, weil es nicht angezeigt wird. Aber wenn er auf den Auslöser drückt, wird er versagen. Sind hier jetzt Gegner? Muss ich mich auf Gegner vorbereiten? Ja, muss ich. So, wie viel sind denn hier? Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Also, wie? Da hinten ist einer. Also, wir machen jetzt Randale oder wir machen das auf die Lokalatur. Kommt er hier rein? Ups. Kommt einer von denen hier rein? Der sieht so aus. Wie sieht es aus mit Schalldämpfer? Tarnfeld. Getarnfeld. 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 Ach, pju. Voll die Assassine hier. Da steht ja noch einer. Ist es nicht einer? Okay, verdammt. Aber der guckt sowieso nur noch da. Das heißt, ich kann den hier ohne Probleme ausschalten. Ich muss nur treffen. Verdammt. Den habe ich mir auch nicht markiert, den Gegner da hinten. Mal wieder da liegt. Ah, doch nicht. Ich habe falsch gesehen. Oh, verdammt. Oh, ist der Dumme. So, Munition brauche ich wieder. Oh. Erfalt und E-Mail runterladen. Kann ich mir die eigentlich irgendwo angucken oder so? Hm. Tarnfeld aktiviert. Ich meine, so Easter Eggs oder... Oh, das sieht ja hammernice aus hier. Zebra. Oh, okay. Oh Gott, nein. Das ist mega gruselig gerade. Oh mein Gott, das ist... Das ist mega gruselig. Guck mal, das sieht aus wie in so einem schlechten Horrorfilm. Und jetzt müsste da hinten gerade diese eklige Frau von der... Von der Grub stehen. Holy shit, holy shit, holy shit. Ich habe da eine Granate hin. Oh, die haben den Raum hier umzimmelt. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Erstmal Munition aufladen. Nanovision aktiviert. Ja, ich bin der Scharfschütze. Ihr könnt gerne zu mir kommen, aber ich habe da ernsthaft gesagt Probleme. War das One-Shot? Ohne, der lebt, ne? Hilfe, es ist so schwarz. Nanovision aktiviert. So, das... Warten hier ist noch lebend da auf mich oder... Äh... War es das? Ja, so sah es, als wäre es das gewesen. Die haben die Tür zugemacht. Du musst dich dann jetzt hin. Kann ich dich nicht kaputt machen. Passt dich aber nicht durch. Was mache ich denn jetzt? Da muss ich dann in diese... Da irgendwas machen. Nee, auch nicht. Muss ich das aufsprengen? Oder... Ach, hier. Oh, das sind ganz viele. Verdammt! Da. Ist das eine Frau? Ne, das war ein Mann. Ja, schön. Ihr habt doch sowieso keine Chance gegen mich. Ah, da hinten steht hinter einer Wand, oder? Sehen die mich eigentlich? Ja. Guck, dann kann ich das nur mit einer anderen Visionenurlaub, wenn sie mich sowieso schon erkannt haben. Holy shit! Leute! Das ist nicht fair, warum haben die auch sowas? Die Vision aktiviert. Weil wieder von man nix mitbekommt, der hier. So, wo ist es der restliche... So, wo ist es der restliche? Bedöntens, Menschenauflauf. Ja, ich würde jetzt mal gern, äh, was sehen. Danke. So, jetzt kann ich ja auch wieder in Stealth gehen, weil... Sie müssen jetzt vorrücken. Die dürfen gar nicht darüber nachdenken, was sie getan haben. Okay. Heißt, ich soll durchwaschen, oder ich soll... Wieder Stealth... Sie schicken Verstärkung zur Trafostation. Sie müssen vorsichtig vorgehen, Alcatraz. Ja, toll. Wir sind so weit gekommen. Sie dürfen jetzt nicht versagen. Ja, das stimmt. Aber... Kann ich mich nicht eigentlich einfach durchschleichen? Mano-Vision aktiviert, es fällt das Pferdner aus.